Hey Leute, ich zeig euch jetzt ganz kurz wie ihr Fortnite for Switch jetzt schon bekommen könnt. Ungefähr zwei Stunden bevor es eigentlich lautet. Es ist ganz einfach, ich hab's bei mir ein bisschen drauf. Ihr braucht nur ein amerikanisches Nintendo, mein Nintendo Konto, was mit dem eSOP verknüpft ist. Wenn ihr es noch habt, erstellt ihr euch einen Account, ansonstigen habt ihr einen, geht dann hier drauf, in dem Fall auf, ähm, bei mir heißt der David USA. Ah, also eben irgendein amerikanischen eSOP-Account, den ihr euch erstellt oder erstellt habt, wenn ihr das habt, ähm, findet ihr dort so ein Gleis Fortnite auf der ersten Seite, klickt ihr einfach hier drauf und dann hier restet's auf, ähm, bei mir steht so ein Pur-Sales, weil ihr es schon gekauft habt, da steht halt irgendwie Free Download oder so, drückt's drauf, dann könnt's kostenlos downloaden, so einfach ist das. Ja, und dann, sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr es ganz normal, wenn ihr auf Close geht, ganz normal starten und mit jedem Benutzer starten und dann spielen. Viel Spaß, wenn ihr jetzt in Fortnite spielen wollt.